Es findet ein Angriff auf New York statt. Augenzeugen berichten uns von Hunderten von UFOs. Es schießt! Oh mein Gott! Wo leben wir? Auf der dunklen Zeit des Mondes! Und? Wir kommen in Frieden! Wer sind die überhaupt? Nazis. Vom Mond. Das schlug mir zu viel. Ein Wort von mir reicht und die Invasion vom Mond beginnt. Invasion? Was habt ihr hineingeworfen? Und? Was wollen sie dagegen tun? Wir hätten jedenfalls noch ein kleines Ass im Ärmel. Alle Präsidenten, die einen Krieg begehen, werden wiedergewählt. Und fegen alle diese Untermenschen von der Erdkarte. Scheiße! Das wird ja immer besser machen. Wir sind die Jäden, auf die die Menschheit gewartet hat. Wir erheben den Arm für eine Nation. Marschieren im Takt eines Herzens. Die Welt ist krank und wir sind die Heilung. Wir sehen uns in Valhalla. Wir sehen uns in Valhalla. Wir sehen uns in Valhalla. Vielen Dank.